Ich bin gerade im Botanischen Garten zur Botanischen Nacht und das ist echt total schön, eine schöne Atmosphäre, nette Leute und tolle Musik. Ein Traum der Fantasie, voll übersprühender Magie. Ich liebe Kaffee! Lieb Kaffee? Ich weiß auch nicht! Ich liebe Tee! Ich liebe die Karten und die Karten und mir die Karten, die Karten und mir die Karten. Pu-de-de-de-de-de-de-de-de! Po-be-do-po! Untertitelung des ZDF, 2020